Warum machst du das nicht richtig? Na, seht ihr? Die will mich verarschen. Die will mich echt verarschen, diese dumme Pute. Na, jaaa! Fick dich! Ihr könnt mich mal alle komplett kreuzweise. Ich hab die Schnauze endgültig voll. Und wenn ich euren verfickten Anführer gebumst habe, dann seid ihr eh alle tot. Mit... ja jetzt so drauf hab ich kaputt gemacht ein Haus ha 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 na schon wieder nicht Samus du Anus na eyy ich will deine Energie dank haben seh dir Fick du dich was machst du Samus ha so und hab ich dich kaputt gefickt eins zwei drei WTF Samus du dumme Pute Schütteln siehste was soll denn der Scheiß jetzt schon wieder warum machst du nicht was ich will von dir das ist typisch Frau die machen nie was man will oder da a man nicht vittrich doch mal ins knie oder höre auf mit dem Scheiß dadurch Bonbon Mannee das ist schon wieder unnötige verschissen schwändige Aufnahmeseit und spring doch mal hoch Hoh Hallo was ist denn das für eine es ist eine Position der Zeit der Bescheidung aus ein siegt die das macht die Schilder zu tun zum Kacken auch Arschloch Jetzt stirbt du mal! STIRB! Mann, hörst du auf du Bonnendigger! Hör' auf damit, ich meine... Dieses Feed bewegt sich doch so Asozial. Dumm, die Dumm, die Dumm, 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 so dumm, so dumm, warum, warum, bist du so dumm? So, jetzt aber! Gibt's ja nicht. Ihr könnt mich mal alle miteinander. Auf der Verander. Ihr a... Mmmmmm, Bitch-Schluch! Ah! Pfff! Dumm-ti-dum-ti-dum-dum-dum, so dumm-so dumm, bist nur du, du dumme Kuh! Springe mal richtig! Du sollst richtig springen, verdammt! Nein! Du musst da doch aber rauf! Und ich hasse dich! Weil du einfach zu blöd zum Kacken bist! Seht ihr? Roll doch mal zurück! Du kannst einfach keinen Bombensprung richtig machen, du blöde Kuh. Rein, 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 lang. Pfff, vollidiot. Was machst du schon wieder? Wieso ist denn das hier unterbrochen, verdammt? Darum auch beim ersten Versuch braucht man es ja nicht schaffen. Ist doch egal, das macht es uns keinen Spaß. Mann, ey. Wieso bist du da jetzt runtergefallen, du Bitch? Du dumme Kuh. Das sollte doch eben nicht passieren. Dann eben nochmal. Ich kann sowas echt nicht ausstehen, wenn hier immer irgendwas schief geht. Mach mal was richtig. Bisschen Darkbeam-Munition? Ja, ein bisschen.